Hallo, hier ist der Camping-Checker von der CMT 2024 in Stuttgart. Es ist alles leer, ich bin alleine und jetzt checken wir mal Eura. Viel Spaß dabei! Meine Damen, meine Herren, ich freue mich sehr, Ihnen heute die Weltpremiere hier bei Euromobil vorstellen zu dürfen in Deutschland. Also die Deutschlandpremiere, ich wähle nicht Deutschland, ich muss mich korrigieren, weil das ist blöd. Deutschlandpremiere, ich freue mich riesig drauf. Ich habe aber, bevor wir da reinsteigen, Ihnen noch ein anderes ganz tolles Produkt mitgebracht, was ich Ihnen gerne zeigen möchte. Wir haben unsere Baureihe Profiler auf Mercedes nochmal erweitert. Wir haben sehr erfolgreiche Grundrisse in dieser Modellpalette, aber eine hat noch gefehlt und den haben wir jetzt hier in Stuttgart mit dabei. Und zwar ist das unser Profiler T726EB, so heißt er. Sie sehen den Grundrisse hier, wir haben unsere langen, komfortablen Einzelbetten hinten mit der großen Garage. Dann haben wir unseren Komfortwaschraum mit der separaten Dusche auf der Fahrerseite und dem Toilettenraum auf der Beifahrerseite, die sich dann mit den entsprechenden Türen, der Schiebetür hinten und mit der Drehtür vorne zum Komfortbad zusammen verbinden lassen. Wir haben unsere große, komfortable Küche drin. Ja, und dann die große L-Sitzgruppe, die wir aus vielen anderen Modellen schon kennen. Die hat uns noch gefehlt, hier in dieser Profiler Mercedes-Palette. So, und damit haben wir jetzt eigentlich ein ganz, ganz rundes Programm bei unserem Profiler Mercedes. So, hier haben wir mal ein Bild von außen. Das Fahrzeug sieht knackig aus. Wir sind bei der Schwarz-Weiß-Kombination geblieben, die wir in den letzten Jahren eingeführt haben. Schwarzes Fahrerhaus, heller Aufbau. Also, im Innenraum können Sie wählen zwischen unserem neuen Natural Heritage Interieur, was wir ja im vergangenen Sommer eingeführt haben, was es exklusiv auch nur bei den eurer mobilen Mercedes-Produkten gibt. Und wahlweise kann der Kunde das Chalet Rustico bestellen, wenn er eben eine hellere, andere Interieurfarbe möchte. Hier sehen Sie jetzt einen Blick nach vorne, die Winkelsitzgruppe. Die Winkelsitzgruppen schauen sich mal im Auto an, die sehen ein bisschen anders aus. In dieser Modellgeneration. Wir haben die Rückenlehnen komplett neu gestaltet und mit einem LED-Neonband versehen. Das macht so einen richtig schönen Schimmer auch dann im Ambiente-Licht am Abend. Hier der Blick nach hinten. Sie sehen, das ist ein sehr großzügiges Fahrzeug. Da kann man ganz komfortabel drin wohnen, baden, schlafen. Alles ist üppig vorhanden. Hier der Blick ins Schlafzimmer. Die großen Einzelbetten. Die neue Bettaub-Dekoration mit den praktischen Leuchten, mit den Ablagemöglichkeiten. USB-Lademöglichkeiten für Handys und alles, was Sie brauchen an dieser Stelle, ist vorhanden. So, die Paketstruktur kennen Sie von unserer Profiler-Baureihe. Ist auch bei diesem Grundriss nicht anders. Wir haben das Mondial-Paket, darauf aufbauen, das Mondial-Plus-Paket für 12.490 Euro und dann das Mondial-S-Paket, was dann nochmal mehr Komfort und eigentlich den letzten Schliff ins Fahrzeug reinbringt. Wir haben es bewusst einfach gehalten. Das zieht sich durch die gesamte Modellpalette durch. Das kennen Sie schon. Das war's für heute. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bitte liken, wenn dir das Video gefallen hat. Über einen Kommentar freuen wir uns sehr. Bitte abonniere den Kanal, damit ihr nichts mehr verpasst. Wir sehen uns. Bis zum nächsten Mal. Dein Camping-Checker. Dein Camping-Checker.